Willkommen zurück! Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, wie man If-Anweisungen noch ein bisschen effizienter verwendet. Und zwar kann man aus If-Anweisungen auch Werte zuweisen. Das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel ein sehr simplistisches Maximum schreiben. Und zwar, indem ich hier zum Beispiel meinen A definiere als... Und ja, ich lasse jetzt absichtlich die Typen weg als 42, damit ihr auch mal das andere seht. Und Ware B ist gleich 1337. Wie gesagt, das sind einfach nur Werte, die können irgendwo herkommen, irgendwelche komplizierten Berechnungen. Oder Nutze-Eingaben, wenn ihr das so wollt, haben wir ja auch schon gemacht. Genau, und ja, jetzt wollen wir hier ein sehr einfaches wahre Maximum berechnen. Das wir definieren als If A größer B, wobei ich hier ganz gerne die Leerzeichen drin habe, dann A, Else, B. Das ist sozusagen die einfachste Art und Weise, wie man das If in eine Zeile packen kann. Und dann können wir hier unten das Maximum mal ausgeben lassen. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, wir schauen mal. Und ja, wir sehen hier, 1337, wer hätte gedacht, ist größer als 42, wobei ich natürlich hier unten noch eine 42... Ja, lasst mich das kurz ausklammern. Ich glaube, das sollte nicht noch zur Verwirrung führen hier. Und ja, ich möchte, dass der Code komplett vorhanden bleibt. Deswegen mache ich hier ein App-Fallstrom. Und nein, das ist nicht die beste Art und Weise, um das zu machen. Aber so kann ich euch die Dateien auch so zur Verfügung stellen, wie ich sie schreibe. So, also wir sehen hier, das Maximum wurde berechnet als 1337. Sprich, wir sind hier hinten in den Else-Block gegangen, weil A offensichtlich nicht größer ist als B. Wer hätte es gedacht. So, dieser Operator nennt sich oftmals der Tenere-Operator, aber den kennt man auch aus anderen Sprachen. Sieht da halt ein bisschen anders aus. Allerdings gibt es hier auch noch eine andere Art und Weise, wie man das schreiben kann. Und zwar die etwas längere Art und Weise, die dann tatsächlich auch im Endeffekt quasi gleichbedeutend ist, in unserem Fall aber mächtiger ist. Das heißt, ich kann hier schreiben A else B. Okay, so, was das bedeutet ist, wenn A größer B ist, dann gib A an Max und schreib A in Max rein. Ansonsten schreib B in Max rein. Das sieht jetzt erstmal genau gleich aus, wie das hier nur, dass eben diese geschweiften Klammern drin sind. Aber in Wahrheit ist es ein kleines bisschen mächtiger. Denn ich kann jetzt hier nämlich auch noch andere Sachen machen, wie Printline Max ist A. Und ansonsten kann ich hier unten bei dem Else-Block natürlich reinschreiben Max ist B. Ups, ähm, B. So, und ich kann hier reinschreiben, welche Anweisung auch immer ich möchte. Ich kann mein B auch als irgendeine komplexe Berechnung berechnen lassen. Okay, B macht natürlich wenig Sinn hier. Aber ich kann zum Beispiel mein Max als komplexe Berechnung berechnen lassen und das dann hier oben weitergeben und ausgeben auch. Das heißt, das hier ist tatsächlich mehr als nur das hier. Und beides funktioniert aber wunderbar. Ich kann hier zum Beispiel auch das machen. Max ist B. Und dann habe ich hier unten die 1337 drin stehen. Das heißt, wir gehen hier in den Else-Block rein und, ähm, ja, ich kann natürlich diese Zeile hier auch dann wegmachen. Genau. So was kann ich dann eben mit meinem If-Operator in Kotlin auch machen. Und ja, ähm, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.